Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom, auf der Playstation 4 im Online-Modus bin ich hier. Da fährt er mir doch echt weg. Unglaublich. Warum fährst du mir jetzt weg hier? Ja, ja, Snake. Komm, go. Go, Snake. Nein. Nein, sorry, Snake. No. No, du musst gar nicht mal wiederkommen, Snake. Ich muss gar nicht mal ankommen und irgendwas von mir wollen. Irgendwie Geld oder Dollars oder Munition. Ich wollte nur ein Headshot verpassen. Ne, wollte ich nicht. No, ich fahre jetzt hier einfach weiter. Ne, Spaß bei Sagen. Was machen wir jetzt? Es regnet. Es ist nass. Es ist verdammt nochmal kalt. Und der Snake ist auch ein paar Kilometer weiter weg. Guck mal, wie der... Ey, der versucht jetzt echt... Ne, das ist nicht sein Ernst, dass er jetzt versucht wegzurennen. Ein paar gezielte Schüsseln und der ist tot, Digga. Ja, was haben wir da noch? So einen komischen Laden. Schlage ich... Erspare ich mir schon das wunderbare... Äh, die Bischung. Das Einschlagen mit der... Mit dem Arm. So, wir machen aber heute noch was. Keine Sorge. Vorne ist nämlich der Snake. Den habe ich in der Online-Lobby jetzt schon ein bisschen länger verfolgt. Und die verfolgen wir jetzt einfach mal. Komm mal mit. Komm mal mit. Der muss hier irgendwo rumlungern. Okay, der Snake ist noch da, oder? Oder bin ich bescheuert? Ah, Digga. Das ist ein Haus. Was hat denn der für ein Haus? Ich mache nicht so, als ob das wehtun würde. Dark Snake. See you later. Hey, Dark Snake, was machst du da? Hey, Dark Snake, go, helf mir. Mann, Dark Snake ist doch nicht dein Ernst, dass ich mich hier... Okay, ich glaube, es ist ein Ernst. Dark Snake will mich hier sterben lassen. Ah, kacke, Mann. Shotgun und Polizei, das kann nie gut gehen. Mann, 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 Mann. Hier mit meinem deutschen Fallschirm. Das ist richtig cool. Was es ja alles gibt. Das ist Hammer, sag ich euch. Hammer. Und diese Waffe, die ist sowieso der Hammer. Bei R2 könnte es sie normal... Könnte sie normal... Könnte sie normal... Also anzeigen. Und bei L2 auf der PS3... Wechselt ihr automatisch in den... in diesem komischen Modus. Ich kann nicht ahnen, wie das heißt. Aber ich lieb den, der ist auch nice. Das mache ich gern zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Bullen hingehe. Da hinlaufe. Und mal die ultra-realistische Wasserfütze angucke. Jetzt muss alles ganz schnell gehen. Boah, Mann, Alter. Was ist jetzt schon wieder passiert? Die Polizei ist ja sowas von stark. Das hält man ja gar nicht aus. Jetzt bin ich schon wieder tot hier. Ich... Alles cool, alles cool. Da vorne ist ein Trank. Bin ich schon mal Trank gefahren? Ich weiß es nicht. Da müssen wir das mal ausprobieren. Was ist hier passiert? Irgendeine Mission oder so. Ich weiß nicht mehr. Oh, da ist er, da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Nein, pute. Komm, stirb, 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 stirb. Hey, wir haben ihn ja nicht. Stark Snake ist tot. Jetzt muss er natürlich ganz schnell laufen, weil er hat natürlich noch ein paar Dollar, sonst da, glaube ich. Ja, leider nur 50 Dollar. Aber 50 Dollar ist besser als keine Dollar. Einfach draufhalten, dann kann ich... Einfach draufhalten. Ja, doch immer mit seiner Scheisshotkan, also der hat ja eine mega Reichweite. Ja, ich sage auf jeden Fall, ciao Leute, bis zum nächsten Mal. Euer To-Gescom auf der Playstation 4 und bis dann. Ciao. Ja, ich sage auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Ja, ich sage auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Ja, ich sage auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Ja, ich sage auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.